Zoning von denen ist halt insane Das Inventar war dreckig, entschuldigung Laufen wir so und dann Zeit für die Sprengen Ich wollte eigentlich kein Backstep werden, deswegen Nein, ich wusste es Mein ursprünglicher Speed war zu langsam Ärgerlich Ich glaube nicht, dass wir unsere Doppelklingen wechseln sollten Du bist noch nicht Wenn die Typen zu ätzend werden, dann ja Aber da geht es auch noch Tschüss Spawn auch noch Wenn wir unsere Doppelklingen zurück weg sind Für die Boys Ich bin mir einfach zu sehr an die Doppelklingen gewöhnt Rückklingentanz ist dann einfach OP Wo sind sie denn? Da einmal Machen wir keine Gefangenen mehr hier Die Schwerter sind halt cool Aber Da haben wir sie einfach viel zu viel Poise für Habe ich das Gefühl Aber hier kann ich ja einfach sagen Gut Bruder Was gebrochen Schlitz Und Ui Ja Easy Das kann natürlich auch so ein Baumgeist Diese Baumviecher sein Könnte eine Possibility sein Kommt mir bekannt vor Ich habe nicht gesehen, dass der Mittelding da fehlt Dass der Mittelding da fehlt Ich schwöre, ich kann Deutsch Entschuldigung Mit den Dingern kann man halt viel aggressiver sein Und wer nicht aggressiv ist, der verliert Kommt mir jetzt umschauen Jetzt auf jeden Fall nicht weit Nicht Ja, vielleicht Seid ihr hier gestorben Hm Haben wir gegen so einen Feuerrötter hier gekämpft Wenn das Ding nach unten gefahren wäre Hätte ich aber so schnell raus Wäre ich so schnell rausgerollt Ich war halt auch wirklich kurz davor Einfach zu sagen Okay, ich specke einfach komplett um Und hole mir einfach ein Rotschwert Für die Bosse Mach ich dir nicht liegen jetzt schon wieder Ich gehe backstabben Ne Achtung, alter Mann Sehe ich nicht Nicht wieder Beschwörungen aufladen Gennade runter Aber warum sollte ich runtergehen Schlange, oh Schlange Schlange Ich bringe mich kurz Ich bringe mich ein zweites Mal Einfach geduckt Hingenommen Ist okay Oh, sie ist tanky Oder er Der Ritter Sagen, wie du lebst noch Arianischer Stoßschild Ich bringe noch ein item drauf Ich kann vom Schein nicht erkennen Ob es in die Landes war oder nicht Ich bringe mich Ei, ei, ei Ai, ei, ei Ach, ich bin da Und tschüss einiges weiter hier eine neue hier angestellt um aufzuräumen hey wenn die immer tankiger hier oben hm er liest nicht feuerschlange oh cool jetzt habe ich den zauber auch Schlange oh Schlange unerwartet das Schlange das ist genau da und dann runter versuchen noch ein spiel oder die sind ich bin von der Gnade ich wollte aber nicht hier oben in dem Gebiet rumeiern na gut so nach oben oder nach unten noch weiter nach oben oder ich kann ja richtig Höhenachs kriegen hier ne sind ja Fledermäuse so so ich kann ja Fledermäuse sein so ich bin da ta ich kann ja da den blutklingentanz kann ich hier definitiv komplett vergessen also nicht komplett aber könnte knifflig werden sag ich mal wo ist denn mein ziel das würde ich gern wissen dahinten das müsste ich auch den langen weg nehmen da geht es auch nicht lang muss wohl erst da drauf boing und geschmiedestein 8 krass es geht auf jeden fall noch weiter hoch da geht es auch noch mal hoch oder runter keine hund voraus also würde es ja wieder runter gehen wie weit und einfach nur hey wie verwinkelt das ja das ist mann noch weiter ich komme jetzt sind wir auf der rückseite von allem denn genau das wird ich auf jeden fall wieder zurückgehen die bluen ist Wir sind Eitelis. Habt Erbarmen für die verstorbenen Schamanen. Hm. Wir wollen wieder nach oben. Ich will eigentlich da unten das Wasser noch alles wegmachen und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Mesmer gar kein Hauptboss ist. Ich weiß nicht, was alles Hauptboss ist und was nicht. Borilana war zu 100% ein Storyboss. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese tanzende Bestie auch einer ist. Weil wir ja zu dem Turm dahin müssen. Und die war ja direkt vor dem Turm. An Relana... Ich weiß nicht, ob man an Schloss Ensis vorbeikommt. Ich glaube nicht. Sieht auf jeden Fall aus wie eine Sackgasse, eine komplette. Erstmal kaputt rollen. Und nur den Tisch. So. Geht die Leiter hoch. Hoch. Und lass das Ding weiter. Frech. Aua. Ach runter. Ich wollte eigentlich hoch. Ich habe mich da jetzt hier gelandet. Was? Komm, wo du reißt. Warte, das Haus. Brune eines unbesungenen Helden. Das ist ja schön und gut, aber... Festung Nacht. Ich glaube nicht, dass das Fortnite ist hier. Ich glaube nicht, dass wir hier kämpfen wollen. Ich bin schon voraus benötigt. Ich bin schon voraus benötigt. Oh, komm ich mit. Hm. Oh, hey, Kamera. Alter. Alter. Lila-Item. Da bin ich. unser startpunkt muss auch noch er hier sein euer ritterin hilde da war das hier noch nicht hat er gestorben ist mit zeit eingang und keinen anderen gefunden haben ich glaube schon aber hält jetzt nichts hier unten weiter wo das wasser war und schon mal hier weiter mit knochen offen da zu fang hier ist gar nicht Wir waren da unten halt noch nicht wo wir abgeschlossen haben, dann ging es auch noch weiter. Ah ja, das ist so ein Pflanzen- und Baum-Ding da. Runter. Moin. Oh, hier waren wir unter anderem noch nicht. Ledermäuse. Eine Frechhaftigkeit. Das ist Toxic. Denkst du, dass du bist? Oder du? Schwere Messing. Krass. So, willkommen in Neulondo. Erstmal. Was am Arsch. Was am Arsch. Ich bin es doch recht wichtig.